Burbach und Götz, Ihr Sanitätsfachgeschäft in Koblenz, präsentiert den neuen Alba eFix. Klein, leicht, wendig, damit wird Ihr Alltag leichter. Mit dem elektrischen Zusatzantrieb erweitern Sie Ihren Bewegungsfreiraum. Ohne Anstrengung können Sie lange Strecken oder Steigungen überwinden. Die Umrüstung ist unkompliziert, alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen sich mit dem eFix ausrüsten. Das bedeutet, Sie behalten Ihren gewohnten Rollstuhl, mit dem eFix können Sie aber ab sofort, wohin Sie wollen. Der eFix ist easy zu bedienen und die Akkus sind klein und leicht. So bekommen Sie mehr Freiheit im Alltag. Auf den eFix ist Verlass und er bietet handliche Technik für unterwegs, Sicherheit und Flexibilität für ein neues Lebensgefühl. Der eFix ist die Lösung bei Burbach und Götz, Ihrem Sanitätshaus in Koblenz. Mehr Informationen auf www.gmitösen.de Mehr Informationen auf www.gmitösen.de Mehr Informationen auf www.gmitösen.de Bis zum nächsten Mal.